Fast alle Deutschen beginnen ihren Tag mit einem Frühstück. Doch Vorsicht, rohes Gemüse, obwohl reich an Vitaminen und Ballaststoffen, sollte nicht auf nüchternen Magen verzehrt werden. Es kann die Verdauung stark beanspruchen und zu unangenehmen Blähungen führen. Daher ist es ratsam, rohes Gemüse erst später am Tag zu genießen, um Verdauungsprobleme zu vermeiden. Ein weiteres Lebensmittel, das am Morgen vermieden werden sollte, ist Orangensaft. Die enthaltene Säure in Zitrusfrüchten kann auf leerem Magen zu Sodbrennen führen. Diese unangenehme Reaktion kann den Start in den Tag erheblich beeinträchtigen. Bananen sind ein beliebtes Frühstücksobst, doch auch hier ist Vorsicht geboten. Sie enthalten viel Glucose, die den Blutzuckerspiegel schnell ansteigen lässt. Sobald dieser jedoch wieder fällt, können Heißhungerattacken die Folge sein. Joghurt ist für viele ein fester Bestandteil des Frühstücks. Doch auf leeren Magen verzehrt, werden die gesunden Milchsäurebakterien durch die Magensäure zerstört, bevor sie den Darm erreichen. Um die Vorteile von Joghurt voll auszuschöpfen, empfiehlt es sich, vorher eine Scheibe Brot zu essen. Das Frühstück ist zweifellos eine der wichtigsten Mahlzeiten des Tages. Doch nicht alle Lebensmittel sind für den Verzehr auf leeren Magen geeignet.